Das sieht natürlich ganz schick aus, ne? Hm, welches Auto? Das Auto hat natürlich mal ganz schlappe 100 PS mehr. Pferdestärken mehr. Das muss man ja mal erwähnen. Okay, zwischen den Autos können wir uns aussuchen. Okay, warum steht da nicht, wie viel von 0 auf 100 es kommt? 4...